hallo und willkommen in meiner kanal beschreibung heute erkläre ich euch was ich so mache was auf diesem kanal passiert und wer ich eigentlich bin ich bin sebinator mache hauptberuflich so gesehen mein abitur und mache videos auf youtube wie diese hier zum beispiel aber auch videos wie let's play zum beispiel dragon age origins und dragon age 2 aktuell läuft dragon age 2 und wenn ich es geschaffe die ganzen folgen die ich hier habe das sind ungefähr noch 25 stück die auf der platte sind alle zusammen zu schneiden zu schnibbeln und hochzuladen dann noch mehr dragon age origins dann gibt es bei mir noch unboxings zur zeit ist es die loot chest ich habe letztes mal dezember eine gemacht plan ist dass ich das jeden monat mache ob ich das jeden monat mache das weiß ich nicht das weiß nur der zukunft sebastian und was ich noch machen werde oder geplant habe das machen zu tun wäre sebi news quasi nachrichten über die aktuellen geschehnisse in der spiele branche sprich was kommt so raus wie sind die spiele sowie bewerte ich diese spiele vor allen dingen oder was passiert sonst noch so wurde zum beispiel bethesda beschlossen weil sie pleite gegangen sind oder irgendwie sowas sowas würde beim da drinnen passieren aber ich weiß noch nicht wann das anläuft das ist nur geplant ich hab's auf der agenda stehen aber ich muss dafür zeit finden und erst mal ein richtiges konzept dafür finden nun ja das ist alles was man auf diesem kanal findet klar ihr werdet später auch noch andere spiele finden als dragon age das ist natürlich eine logische schlussfolgerung außer es wird es so viele drücken entscheide geben dass ich jedes spiel muss dann vielleicht nicht aber sonst würde ich sagen doch schon glaubt danach wird schon ein anderes spiel erfolgen so als abwechslung zwischendurch aber hey wir lassen uns da überraschen nun ja jetzt habe ich erzählt was ich so gemacht habe was es auf diesem kanal gibt und wer ich bin ich hoffe es sind damit alle fragen beantwortet und wenn du noch fragen hast dann stell sie doch in die kommentar box und wenn du auch immer auf die neuesten stand bleiben möchtest dann besuche doch meine facebook oder twitter seite dort wird immer alles zur rechten zeit gepostet wenn irgendetwas ist wenn ein video hochgeladen wird wenn ein video ausfällt wenn ein stream anfängt wenn ich irgendwas zu sagen habe das wird man alles da finden und ich wünsche euch dann hiermit noch einen schönen tag einen schönen abend einen schönen morgen wie auch immer bis zum nächsten mal euer seminator schau Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018